Bad Rcken Bad Rcken wie bad Rcken Nutzer So so ähm Ich hab vier Sterne, jetzt hol mich raus hier. Kommst du jetzt oder was? Hast du mich schon eingeladen? Ja, schon lange. Ja, ich bin gleich da. In einer halben Stunde sitz ich schon hier und hab dich eingeladen. Ich bin die ganze Zeit nur verarscht. Wo kommst du denn mit? Bin ich drauf verachtet. Hast du mich schon eingeladen? Nö. Hast du es gekauft? Kann ich Start drücken? Nein, noch nicht, warte. Hast du alles gekauft? Nein, warte. Wie läuft jetzt eigentlich mit den Versicherungen genau? Wieso? Du musst du bezahlen. Ja, ich hab ein Auto gehabt, das ist zerstört worden und war kaputt. Stimmt, du hattest das nicht gekauft, ne? Ne, das war ein geklautes. Ja gut, das war dann der Fehler. Da brauchst du keine Versicherungen drauf. Achso, und wenn ich aber mein gekauftes Auto kaputt geht, dann ruf's automatisch drauf, ja. Ruf's automatisch drauf, ja. Und dann reparieren die's wieder, oder was? Ja. Krissen neuer. Ja gut, du kannst starten. Aber nur, wenn der andere Kohle hat. Ansonsten muss das wieder selber sein. Cupcake Hascon offline. Böse Mimi. Gleich auspeitschen. Aber ich spiel aber GTA 5. Ja. Vielleicht hast du auch Probleme mit dem Haus geklappt. Mhm. Alter, meine Lederjacke, wie kaputt die aussieht. Ich hatte einen kleinen Unfall zwischen mir. Hör mir das an. Wenn ich da mit dem Glas Wein stehe. Geil. Hör mir das an, als ich gerade einen Unfall hatte. Ah! Nö. Moment. Hör mir das da. Jetzt... Hör mir das an. Es ist so ein Loch auf dem Verbrust. Da hinten. Zwei. Die größere. Und die Beine. Und überall rot. Und die Beine. Beine seh ich jetzt noch. Hals ist bei mir normal. Beine ist ja auch normal. Alles rot bei mir. Cupcake Hascon. So. Damit starten wir jetzt gerade den Überfall. Es tut mir leid, ich habe gerade nicht schnell genug geschaltet. Ähm. Damit begrüßen wir euch jetzt erstmal zu einer neuen Heißmission. Ähm. Jo. Okay, wir machen jetzt den Überfall. Ich hoffe Thorsten macht da gleich 50-50 oben. Hör mir die Hand. Mach bei mir 90. Das, was ich heute schon erleben musste. Dann kann ich aber auch keine neuen Heiß starten. Wash it down. We'll never talk about it. Okay? Okay? Hm. Okay. First time. Lisa! Ja, es ist ein Job für zwei. Ja, ja. Ich glaube jetzt noch weiter. Es ist ein 2-Mann-School. Wenn man sich überspringen kann, das ist so nervig. Hm. Ich weiß, ob man das schon kennt. Hm. Ich bin echt wundert, warum ich gerade so ein bisschen tot aussehe. Es tut mir leid, ich bin gerade aus dem Grab gespielt. Was willst du eigentlich machen? Ähm, ich möchte nicht fahren. Okay. Ich will das andere machen. Okay. Ich will Bora sein. Ich will Bora sein. Das ist die letzte Heist Board. Hier kann man sehen, was % take each Team member bekommt. Ja, ist schön, ist schön 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 schön. Wenn ich da, wer du willst, was? Ja. Das Chat schaue die total take für die Heist und wie viel jeder Spieler wird von der total take bekommen. Der Leader hat die Larchkette. Ja Gott. Blablablablablablablabla. Ja. Ja. Oh, ich kenn das schon auf Deutsch. Wanted, der Bohrer. Who found out? A sauberer Spieler? Ein Hass. Und keine KD von 1, das wusste ich gar nicht. Ich hab 0,94, weil du mich zu oft gekillt hast. Also ich bin bereit. Ja, ich hab immer noch die Einführungsgeschichten mit. You can use a selected player task bla bla bla. Boah, das ist so scheiße. Ja gut, tut uns leid Leute. Aber gut. Ehm. Ah, ich würde es einfach so lassen. Ehm. Gut, lass die Factory, get the Guna, go to the safety portal. Und an sich haben wir uns überlegt. Ich denke mal, wir werden jetzt weniger die Heisten machen. Ich glaube, die eine Heist hat uns, glaube ich, so schnappt. Nicht. Ehm. Wir werden, glaube ich, auch allgemein ein bisschen mehr GTA Online einfach nur Scheiße bauen. Ehm. Modify. Carsten ist auch noch mit im TeamSpeak. Driver. Jawohl, ist er. Modify. So. 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 Kannst du haben. Ey, du hast ja eine Tertur auch am Bein, dich gerade erst. Mhm. Kriegst, glaube ich, zum allerersten Mal einen Rock. Ey, du siehst voll männlich aus. Du bist ja so, glaube ich, größer als ich. Liegt aber an den Schuhen. Hätte ich auch gesagt. Mann, du. Manns Vibe. Zeig mit dir ein. So. Ich darf nicht schießen. Das Fenster war vorher schon kaputt. Ich weiß. Das habe ich gestern nicht mehr trainiert. Achso, okay. Meine Werkstatt, die meinte, dass es dauert nicht mehr. Das andere Fenster war auch vorher schon kaputt. Ich verkannte an dich. Warum schießt du schon wieder? Ich schieß nicht. Ja, war ein leckes Kreis. Ja. Das war das andere Auto. Siehst du? Das war das andere Auto. Wieso kann ich das Fenster links nicht kaputt machen? Ah, jetzt. Nicht eigentlich. Weil ich tatsächlich... äh... Ich habe mich geschossen. Ich habe mich geschossen. Wenn wir einen leckenden E.O. auch entspannen. Als das ist das. Ja, das ist überhaupt das. Ja. Also irgendwas läuft bei denen noch nicht ganz rund. Was man so sagen. Nach wie vielen Jahren? Wie lange läuft das Spiel jetzt schon? Wie viele Erfahrungen haben die? Ja Thorsten, wir haben es verstanden. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Im Rechner liegt es nicht. Die ganze Zeit hat immer noch 60 FPS. Das ist dauerhaft. Ich glaube, wir haben es im Rechner liegt. Wir haben es im Rechner. Ach stimmt, ich muss jetzt wieder hacken. Dafür nehme ich den Controller. Was denn? Ich finde das einfacher. Ich werde mit dem einen gestruder als mit dem anderen. Mit beiden. Ich habe keine Ahnung, die Tastaturbelegung ist. Jetzt spielen wir nur mit dem Controller. Das ist schon schlimm genug, dass wir einen Xbox-Controller nehmen und keinen Playstation. Und einen Playstation-Controller. Pfff. Ich habe flogen ein Auto, weil er durch die Gegend. Ich habe nicht gesehen. Bitter der Almbrücke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommen wir. Ich merke mich, ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich bin das gerade. Hm? Ja, ja, das war ein Puget-Flang. Ich habe die Puget-Flang gehalten. Ich habe die Puget-Flang gehalten. In der Ernst? Hm? Ich kann sie noch einen Stunden handeln. Lalalalalalala. Hast du Zeit? Ich bin auch noch nicht da. Hoop. Problem ist, ich habe zum Teil einfach Alex drin. Der reagiert dann gar nicht. Wenn ich drücke. Ja, lass dich auch so labern. Mein Gott, das passiert doch keinen. Habt ihr mir den gleichen Fehler gemacht? Ich bin immer noch beim zweiten. Wie viel lachst du noch vor dir? Eine Meile knapp. Okay, dann musst du gleich anhalten. Oh, ich bin wieder verkackt. Irgendwie krieg ich jetzt langsam wieder aggressiv. Oh, das ist mit ihm die Autos durch die Gegend, Alter. Oh, der Controller ist jetzt wieder sanft. Du hast dann über den Bumper gefahren. Was haben wir drauf? Nein! Meine Fresse, ey. Das Scheißspiel. Was ist dieses Hecken? Das Hecken ist das Allerschlimmste von dem... Ich darf nicht auf diese Tastatur schlagen. Warum? Warum denn nun nicht? Ich darf nicht abbrechen. Nein! Schon wieder verkackt, Alter. Wie blöd bin ich? Okay, die Folge braucht eine Stunde. Ich bin mittlerweile schon auf der Maustestastatur im Netz liegen. Ich bin mittlerweile schon auf der Maustestastatur im Netz liegen. Ja, dauert noch einen Moment. Ich hab's gleich. Ja, wir stehen auf dem Parkplatz bei der Bank hinten. Ja, ich bin schon beim zweiten. Hast du vorhin auch schon gesagt. Ja, und? Irgendwie ist das Auto kaputt gemacht dabei. Ich? Hat ein paar Kratzer. Nein! Ich bin jetzt beim dritten. So, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich bin ein richtig geiler Oberficker. So, jetzt weiter, weiter, weiter. Ja, 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 ja. Ja, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Nein! Ich bin der Boss, Alter. Los, komm. Komm, weiter, 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 weiter. Okay, ich feuer mich an, wenn ich auf einer geradenen fahre. Egal. Ich schaff das jetzt. Ich schaff das, ich bin der geilste. Ich bin der Hobo-Ficker. Mir wird gleich schlecht, bevor sich das Bild krägt. Ich hab's geschafft! Bist du durch? Ja, ich hab's geschafft. Wait for the hack to be completed steht bei mir. Ja, ich hab ihn wieder durch. Ich hab grad ein bisschen System gehackt. Sehr gut, wir haben's geschafft. Wann steigst du da aus? Weil ich laufen will. Ja, 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 ja. Du musst auf mich warten. Lalalala, lalalala, lalalala. Wenn das wird. Kann ich aussteigen? Ja, du wartest wohl auf mich, ne? Ich kann nicht aussteigen. Sehr gut. Okay, time to open the vault. Take out your phone and trigger the door. Ja, ja, ja. Wir müssen schon wieder auf dich warten. Knauze da. Oh man, ey. Ja, ich hab's auch gemacht. Kann ich jetzt aufsteigen? Ich find's grad ein bisschen schwach. Ich hab's mal schnauert. Ich hab's mal schnauert. Ich hab's mal schnauert. Ey. Ich hab's mal die Kamera da. Die andere Kamera ist halt schon runtergeschlossen. Das eine vergessen. Entschuldigung. Ach, das wären nur drei. Beim vier hat er doch gesagt. Dann hab ich was vergessen. Dann hab ich was vergessen. Und du hast mich nicht. 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 Ich weiß nicht. Alter, wie das mit den Bogen hier funktioniert. Mit der Maus. Das ist wirklich komisch. Du musst mich nicht. Bleibt sich in Kontrolle. Wenn sie denken, du bist, etwas willst. Und wir versuchen etwas. Wir machen das auf die Neuze. Das ist ja richtig komisch hier mit der Maus. Wieso? Weiß ich nicht, ich muss mit der Maus drücken und ganz langsam nach vorne bewegen. Ich weiß aber nicht, wie ich das zum Abkühlen bringen kann, wenn ich es über Hitze. Ich kann nicht mehr mit der Mauspaste drücken. Das ist ja mein Problem. Das ist ja irgendwie komisch. Mit dem Controller ist das besser gemacht. Also vom Feeling her. Ich glaube ich finde es mit der Maus einfacher, aber vom Feeling her ist es mit dem X besser. Ja, wirklich. Oh Gott sei Dank, wo lang guckst du? Oh, das ist eigentlich noch geradeaus. Flex. Wir porten uns schon wieder. Brauchst du? Hm? Nein, das gehört alles nicht so. Was ist bei uns? Bei uns haben wir gerade Zeit. Bei mir habe ich gerade Zeitlupe. Bei mir fliegt es ganz weit weg. Nein, bei dem Luke-Ohr nicht. Ein Hunde hochgeflogen. Das ist ein Hunde hochgeflogen. Das ist ein Hunde hochgeflogen. Ich kann die Typen eigentlich treffen. So. So Thorsten, du kannst das. Hast du das? 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 Juhu. Hast du sonst noch irgendwelche abschöne Worte? Nö. Ciao. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Auf Wiedersehen. Wie Nancy. Die Spieler Bis zum nächsten Mal.